jo leute herzlich willkommen zu diesem video auf dem kanal ja heute geht es um ein video wo ich schon etwas ankündigt also nur eine ankündigung ja okay und zwar ihr kann mal raten was das für ein gehege ist für was für tiere schreibt es auf jeden fall unten in die kommentare und den monik sie hat auch nicht darf nicht antworten weil es schon weiß ja die tier sind noch nicht da und werden darf ihr morgen aber da sein das heißt morgen wird das video kommen über die tier die da kommen selbst immer tiere weil ich möchte es noch nicht verraten dass wirklich eine überraschung sein sollte und ja sonst was ich mir toll mit sagen wollte also ja möchte zu informieren ja da ist dort jetzt kommt da fokus ist auf jeden fall nicht da ja jetzt gott da ich habe es überhaupt nicht geschnitten das ist das gehege ja so sieht es aus und ja freit gespannt und tschau und tschau